Yo Leute, herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Rocket League. Wieder dabei ist der Aaron. Yo Leute. Und mal sehen, was heute drin ist. Ich fahr vor. Ja, ich bin hinten. Ja, ich hab den Ball. Okay. Wir haben jetzt erstmal das Ganze ein bisschen abzusprechen, was wir hier machen. Und nicht einfach draufzufahren. Ja, letztes Mal hat es nicht so gut geklappt. Aber diesmal vielleicht. Oh, Semi-Profi und Semi-Profi diesmal. Oh, das könnte hart werden. Schön. Oh mein Gott. Hau nur rein. Oh, Alter. Wie schlecht war das denn schon wieder? Richtig gut. Oh Mann. Ey, mein, die Flur. Noch mal kurz angucken. Guck es dir an. Du, oh, was machst du denn? Egal, okay. Ja, wenn ich hier getreten hätte, dann wäre er aber rübergegangen. Okay, du gehst nach vorne, knapp hinten. Ich hatte nämlich übel Speed drauf. Geht's vor das Tor. Ne? Also. Ja. Ich bleib noch weit da hinten. Da kommt einer, da kommt einer. Ja, ja, der fliegt sowieso rüber. Ich lasse den Ball meistens immer, wenn er an der Bande ist. Ja? Schön. Ey, der hat Seifenblasen. Cool. Oh. Ich kam da nicht mehr hin. Ball ist vom Tor. Ich hab erstmal weggeboxt den Jungen. Okay, geh ran, geh ran, geh ran. Oh, nein. Ich wurde weggewehrt. Wecke, hauen da. Oh. Jawohl. Schönes Ding, schönes Ding. Mal kurz angucken. Ah, das war schön gespielt. Schon wieder einer rausgegangen. Ist wieder ein Bot drinne. Wie beim letzten Mal. Und das haben wir noch fast verloren. Oh mein Gott. Aber. Sehr schön, sehr schön. Okay. Fährst du nach vorne? Ja, ich fahr. Wieder so kack Wuvuzelas hier am Start, dass du nervig bist. Die Fans. Die Fans? Wie bei der WM in Brasilien. Hat sich angehört wie ein Bienenstock. Okay, hat den Ball rausgehauen. Der kommt auf die Mittellinie. War das nicht Südafrika? Nicht Brasilien? Stimmt. Brasilien war ja dieses Jahr. Also letztes Jahr. Letztes. Letztes Jahr. Oh mein Gott. Das ist schon 2014 gewesen, Alter. Die haben wir schon 2016. Richtig. Oh shit. Schön. Oh mein Gott. Wir sind ja richtig gut gerade, ne? Ja, wir haben gerade einen Lauf. Ich will ja nichts sagen, aber. Ey, das ist ja wieder scheiße. Ah. Ne, der kommt nicht rein. Ja, für dich in der Mitte. Wo hat der abgefangen? Okay. Kannst du in der Mitte spielen? Ich versuche. Da stehe ich schon wieder. Ah, hat er. Hat er abgewehrt. Ah, ich weiß nicht, welcher es mit der Rolle macht. Da geht's D und, äh, Boost, ne? Ne, springen und nach vorne gehen. Boah, was war das denn? Springen und... Was war das denn? Guckst dir den Weplay an. Lunge. Guckst dir den Weplay an. Als ob. Als ob. Das war bestimmt ein Bug. Du fährst. Du fährst. Ich fahre, okay. Erster Wahlkontakt ist schon mal sicher. Ah. Der kam nicht. Ich mache ihn in der Mitte. Okay. Ich bin in der Mitte. Warte. Wo ist der denn? Ball kommt. Mittelfeld, pass. Jawohl. Jawohl. 4-1. 4-1. Sehr schön. Gar kein Problem für die Anfänger. Geh ich mal hinten. Du bist vorne. Alles klar. Toll. Ich bin zerstört. Zerstört. Ah, der kam ein bisschen hoch. Bisschen zu hoch. Bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Okay, sehr gut. Oh, die sind beide vom Tor. Ja, schön. So, erstmal weg hier. Fühlst du in der Mitte? Wenn ich drankommen würde. Aber es geht mal wieder nicht. Okay, er kommt in die Mitte. Hm, doch nicht. Hm, das war schlecht. Okay. Warte, er ist noch drin. Er ist noch drin. Ich mache ihn rein. Ah, er hat den weggeholt. Oh. Oh, welcome for the door. Jawohl, weg ist er. Ah, verdammt. Jetzt ist er. Hast du den, hast du den? Kommt in die Mitte? Kommt in die Mitte? Oh, scheiße. Oh, vorbeigefahren. Wir alle fahren egal vorbei. Jawohl. Nein! Da war das, ich hatte das schon zu sicher gesehen, das Tor. Ich auch. 40 Sekunden noch. Nur das 1 geht noch. Spiel vor das Tor. Da hast du ihn. Oh, war mal spielst du den Ball so über hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, der kommt noch. Der kommt noch. Der kommt. Der kommt noch. Jawohl. Da ist er drin, da ist er drin. Sieg durch Aufgabe. Oh, Schutzhelm. Ich habe jetzt das Anlegen. Ja, schöne Runde, würde ich sagen. Ja, bis dahin. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei... Rocket League! Ja, die zweite... Das zweite Match. Du fährst. Wieder gegen Semiprofi. Die letzte Runde lief ja ziemlich gut für uns. Ja, trotzdem wie Profi. Du bist auch Semiprofi, ne? Ich? Ja, du. Nice. Dann bin ich gerade ein Level aufgestiegen. Weil ich war vorher noch Anfänger. Richtig. Ja, ich habe, ich habe vor's Tor. Ah, schade, schade, schade. Da hast du ein vor's Tor. Ach ne, wir sind blau diesmal, ne? Oh, nein! Alle springen daneben, ey. Sehr gut. Okay, ich fahre nach vorne, bleib du hinten. Ja. Hast du? Ja, nice. Oh, nein. Oh, nee. Ein besser Zwischengang gerade, glaube ich. Ja, der ist noch drin, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Erstmal nach hinten spielen. Oh, das war ganz schön kacke, gerade. Erstmal weg, die. Ah, der ist weg, der ist weg. Oh, da kam der von der Seite. Warte, warte. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Ah, die haben, die gehen beide rauf. Ich glaube, die sprechen sich gar nicht ab. Die uns auch gerade nicht. Ja, das stimmt. Warte, ich spüre... Oh, der kommt auf unser Tor. Ne, der hat einen Boost, der hat einen Boost. Ah, nein. Scheiße. Ja, die kann ich jetzt überspringen. Das war... Kein schönes Tor. Ich fahre. Hier bist du vorne? Ich fahre. Okay, bleib hier nicht, bleib hier hinten. Ja. So. Erstmal gespielt. Und der kommt. Der kommt. Jawohl. Traumpass. Da habe ich erst mal dein Tor gesteilt. Ja, war Traumpass. Der wäre so reingegangen. Okay, ich bleib hinten. Ich bleib nach vorne. War richtig auf dem Bauch, äh, auf dem Kopf. Auch gerade Probleme. Hinter dir, hinter dir. Schön. Wenn du... Ja, ich versuche hier hinzukommen. Und der ist auch so übel hochgesprungen wieder. Oh, der ist vorm Tor. Ah, der holt den weg. Oh, schnell nach hinten. Ich glaube, jetzt wollen die hier einen Konter machen. Der spielt ja in der Mitte. Da kam... Oh. Das war gut gespielt. Das war echt nicht schlecht. Dann haben wir auch keine Chance für solche Leute. Okay. Was die können, können wir nämlich auch. Auf jeden Fall. Oder auch nicht. Doch nicht. Hätten wir gerade selber gerettet. Oh, Mann. Oh, nee. Der ist noch... Der ist noch... Ah, jetzt aber. Ich habe hier schon zweimal drin gesehen. Ich auch. Ja, ihr könnt überspringen. Ist gut. Schlecht. Schade, schade. Ich fahre nur nach vorne. Ich bin... Gehe da hinten. Nice. Jawohl. Was ist das denn? Da ist das Ding. Boah, sehr gut. Nice. Du fährst. Okay. Hast du noch nichts verloren? Natürlich nicht. Der Typ ist gar nicht so schlecht. Der bekommt das mit dem Boost ganz gut hin. Der ist keiner. Der ist keiner. Nein. Oh. Oh, Junge. Ich dachte, ich hätte gerade vorbeigeschossen, Alter. Oh, Mann. Ich dachte, der wäre noch reingegangen, oder? Guck mal. Ich gucke mal jetzt. Ich bin da noch... Der wäre so reingegangen und ich bin da noch so... ...gegengefahren. Ich denke, ich dachte gerade, ich hätte ihn rausgeholt wieder. Okay, 3-3. Ich fahre. Du fährst? Alles klar. Jetzt wieder einer rausgegangen. Ja, weil... Die sind halt angep... Oh. Ja. Da kam ich nicht ran. Die sind angepisst, weil... Wir müssen jetzt gewinnen, ne? Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Mache nicht selbst rein. Nee, ich habe ihn nur gespielt. Kein Ding. Verdammt. Auto kaputt. Oh, was wird das hier? Ja. Los. Wir müssen unentschieden rauskommen. Ja, auf jeden Fall. Oh, nein. Oh, hast gesehen? Ganz parade. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jawohl. Jawohl. Er ist super gehalten und dann noch ein super Tor. Das darf ich jetzt auch durchlaufen hier. Ganz ehrlich. Schön ausgespielt, alles so gut. Das war nicht schlecht, ja. Jetzt noch ein Tor. Gut, Teamarbeit. Okay, ich bleibe hinten. Okay. Der Ball kommt vor's Tor? Ja. Warte. Oh. Äh. Hast du den? Nein, habe ich nicht. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Mach keinen Scheiß. Ich habe ihn rausgespielt. Okay, gut. Fahr nach vorne. Eine Minute. Los, ein Tor noch. Ich habe. Oh, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Okay, zurück. Fahr zurück. Fahr du zurück. Fahr du zurück. Was machst du? Fahr doch zurück. Ja. Warum fährst du nicht zurück? Ich bin doch gefahren. Nein, du warst irgendwo in der Mitte. Ich habe einmal gedreht, weil ich dachte, ich könnte den holen. Oh, nein. Warum drehst du denn? So, boah, ich fahre wieder. Eine muss hinten bleiben. Ich fahr. Ja, ich bleib hinten. Ja, schön. Fuck. Ich bleib hinten. Ne, wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Ja, jetzt haben wir sowieso verloren, wenn wir jetzt hin und ein Tor schießen. Ja, machen halt noch was selbst rein. Oh, scheiße. Mach eine Flanke. Okay, kommt. Die ist zwar mega schlecht, aber komm schon. Nein, ist doch nicht dein Ernst. Oh, mein Gott. Thermic Pink. Aber ich würde sagen, das war es mit der Folge für heute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.